herzlich willkommen zum neuen ws news ich stehe euch die t engine vor ein prasen kreuz auf stufe 9 mal gucken wie das ding ist sonst was wir gucken an uns ganz genau mal die werte an so die werte sind vor so hier sind die werben die die anscheinend 5500 leben wir sagen auch für stufe 9 25 mm deckpanzung preiswahrscheinlichkeit von 30 topel schutz von 19 wir haben 3 x 3 220 ist schon mal angenehm wie man eine reichweite von 19,3 kilometer wir haben eine ap durch das kraft haben wir von also man schade 3015 und ein becken und deckdurchschlag kraft haben von 37 wahrscheinlichkeit von 14 und eine minusgeschwindigkeit von 956 meter pro sekunde das ist übelst schnell und eine ap damage von von 5550 und genauso schnell entweder von 17,5 sagen ja okay also 17 5 ist schon okay wir haben vorteil wir haben schon vorteil wir können schon mal das t9 modul einbauen kann man bis ein bisschen sparen sie mir ungefähr bei 16 16 16 15 sekunden und eine 180 grad drehen sie bei 200 von 27,7 ist eigentlich relativ schnell streuwert von 160 metern sieht man wird von 205 ist ordentlich der wasser baum wasserflugzeug das ist überhaupt kein kein schwein wir meine explosionsgrenade haben wir das stück oder an die reich von 6 kilometer ok so wir haben ein wir haben immer gucken was wir unter leistung kam wie mehr 33,5 klonen schnell ist so ein ok wir haben eine buddha von von 920 metern und schätze von 13,5 und eine tarnwelt haben wir von 14,9 ist okay und eine auftrittsreichweite von 8,6 kilometer und eine auftrittsreichweite wenn wir neben sitze von 9,9 wir haben hier der mich control party also wir haben die besonderen nicht den normalen wir haben den festen stunden party aha und schon mal gut zu wissen wir haben eine normale repertur party wir haben hier jäger und spotter ich war so grob im ganzen war ich denke mal ist nette schiff also wie ich lass mir jetzt mal so von werten ist nichts besonderes ich würde sagen ein ganz solider kreuzer würde ich sagen deswegen also mal gucken die titel gibt es in welcher besonderheit geschichtlich ist welches schiff also nichts besonderes die mit den mit den feststellen der mensch default party team ist was 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 besonderes dazu haben wir relativ hohen ap pool alles da also kann man sagen gruppen gruppen ganzen ist es ein ganz normaler oder 50 kreuzer nur ist prima variante für paar asien die 220 hatte die petro hat die petro auch ist ganz solide kann man einen sehr guten schaden machen hier haben wir gute die granaten sind sehr schnell also die haben relativ flachen schusspunkt das heißt flache insel könnt ihr könnt ihr nutzen mal gucken wie das ist wie das wie das schiff ist wie man so auf das bild zieht könnte es bisschen tanky sein muss nicht unbedingt sein also mal mal schauen also ich lass mich überraschen also für mich persönlich ist es eigentlich ganz solide t9 kreuzer nichts besonderes außer wir haben mit denen besondere dem sport party team das ist was besonderes wir werden dauer von 10 sekunden und eine reload zeit von 40 sekunden das heißt immer schnell aktiv ist das heißt ich müsste aber ihr müsst auch relativ sehr sinnvoll einsetzen deswegen naja ist nicht vieles von schiff zu sagen wie viel ist persönlich ganz solide ganz okay nichts besonderes also ich denke mal hier ist es ein ganz solide t9 kreuzer meinung zu den schiffen lassen wir mal einen kommentar wie ihr das euer eindruck ist und mal schauen und der defbond link pack ich unter der webel schreibe ich euch noch schönen tag noch schöner bis nächstes mal unter drei tschüss